Mit Hans-Gerd Pöttering als Spitzenkandidaten geht die CDU in die Europawahl am 7. Juni 2009. Sein erstes Interview hat er natürlich CDU-TV gegeben. Herr Pöttering, herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Ja, es ist ein schöner Tag, aber auch zusätzliche Verantwortung und vor allen Dingen mehr Arbeit. Aber ich freue mich. Worum geht es am 7. Juni bei der Europawahl? Es geht darum, dass das Europäische Parlament Unterstützung bekommt für seine wichtige Arbeit. Das Europäische Parlament ist Gesetzgeber. Denken Sie an den Klimaschutz, an den Klimawandel. Darauf müssen wir reagieren. Jetzt die Bankenkrise, die Finanzkrise, da ist das Europäische Parlament Gesetzgeber. Und es ist dann wichtig, wen wir unterstützen. Und ich werbe für die Christlich Demokratische Union. Was sind die zentralen Eckpfeiler des Wahlprogramms? Also wichtig ist, dass wir uns immer an unsere Werte erinnern. Die Europäische Union ist nicht ein irgendwie gearteter, geografischer oder nur politischer Zusammenschluss, sondern sie gründet sich auf Werte, die Würde des Menschen, die Menschenrechte, die Demokratie, die Freiheit, das Recht, den Frieden und auf die Prinzipien der Solidarität und Subsidiarität. Es ist wichtig, dass wir uns auf die Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft besinnen, dass wir die Stabilität unserer gemeinsamen europäischen Währung verteidigen, dass wir den Lissabon-Vertrag verwirklichen, weil er der Europäischen Union mehr Demokratie, mehr Handlungsfähigkeit und mehr Transparenz eröffnet. Und das Wichtigste ist, dass wir in Europa, in der Europäischen Union auf der Grundlage des Rechtes in Frieden leben. Das Recht hat heute in der Europäischen Union die Macht und nicht die Macht hat Recht. Was wurde in den letzten Jahrzehnten als Bilanz erreicht? Ich habe ja das große Privileg, seit der ersten Direktwahl des Europäischen Parlaments im Jahr 1979 dem Europäischen Parlament anzugehören. Und wenn man mir damals gesagt hätte, du wirst es erleben, du wirst mit deinen beschränkten Möglichkeiten daran auch mitwirken, dass Deutschland geeint wird, dass drei Länder, die von der Sowjetunion okkupiert waren, nämlich Estland, Lettland und Litauen, dass die Warschauer Paktstaaten, Polen, die Tschechische Republik, die Slowakei, Ungarn und auch Slowenien als Teil des früheren kommunistischen Jugoslawien zum 1. Mai 2004 Mitglied der Europäischen Union werden. Wenn man das damals vorausgesagt hätte, meine Antwort wäre gewesen, es ist eine Vision, es ist ein Traum, es ist eine Hoffnung, die in unserer Lebenszeit nicht in Erfüllung geht. Und es ist Wirklichkeit geworden, weil wir an unsere Werte geglaubt haben und sie auch vertreten haben. Haben Sie eigentlich unter den EU-Mitgliedsstaaten ein Lieblingsland? Ja, natürlich mein eigenes Land, in dem ich lebe, die Bundesrepublik Deutschland, aber besonders gerne bin ich auch immer wieder in Italien.